was geht ab leute willkommen zu einem neuen video von mir heute gibt es ein premium böller und zwar das sind mit den ersten chargen mit den kevin cover das sieht man an den front cover das ist auch so orange schlicht bisschen ist und wir gucken uns erstmal die bälle an die sind top verarbeitet hinten richtig zugewirkt zu gestopft und so vorne guck dich mal diese wandung an da kann man kein bisschen eindrücken und die farbe vom böller ist wirklich auch intensiv rot also also ich denke mal das sind wirklich heftige super bei der 1 und das werden wir jetzt auch sehen freunde das sind wirklich ultra geile super bei der 1 die können noch mehr ich weiß die können noch mehr komme ich opfer vor ich will nicht die ganze packung ist mir natürlich bisschen wert und den letzten noch mal freunde ja freunde das war's kevin super bei der 1 ich hoffe das video hat euch gefallen und noch mal vergesst zu sagen importe geogrichter war das und das backlabel ist wirklich auch sehr leicht und da merkt man halt dass es alt ist die sind schon von 96 95 ok freunde abonnieren nicht vergessen daumen hoch und bis zum nächsten mal freunde haut rein